Ja und herzlich willkommen zu einer Runde Missile Commander aus den 80ern denk ich mal. Wir schauen mal, ob wir hier schnell ein Geburtsjahr finden. So sah der Automat aus. Oh, ich glaubst nur einen Ton rein setzen. Ist ja cool. Krasser Scheiß. Missile Commander. Mhm. Super. Ja, die es gibt. Kreativität ist schon was geil. Aber ich stehe hinter kein Geburtsjahr aus, das ist leider nicht. Schauen wir mal, ob wir was ein Spiel finden. Die gehen gleich direkt an. Ich muss einmal den Automatenrouter rumsehen. Und dann ist es auch die letzte Folge der Spielautomaten von Atari. Alles klar. Okay. Auf geht's. Missile Commander. Ich soll die Städte verteidigen. Ah, das kenn ich, das kenn ich. Yes, das kenn ich. Alles klar. Dann schiebt man so kleine Atomraketen ab und dann fährt man Asteroide ab oder sowas. 1980 ist das. 1980, alles klar. Hey, da rachst du auf meinen 10. Geburtstag zu. Interessant. Dann schiebt man so. Dann schiebt man so. So. Okay. 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 Die Raketen irgendwie zu sehen. Das ist schon ganz ähnlich. Eigentlich nicht. Ich lacht die Abwechung. Das muss ich mir auf rachstиком sagen. Habe ich mir einen leer getroffen. Okay. Links, rechts. Ah. Ah, okay. Okay, haben wir abgewehrt. Alles gut. Das ist doch noch ganz easy. Ich hab keine Mochte mehr. Versagt, 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 boah, leider ist es nicht so, nur drei Stück, okay. Und sie enden, die passen auch. Das war die, das war's, das war ein Spielautomaten von Atari. Und wenn euch das gefallen hat, ja, lasst einen Daumen nach oben für mich da und, achso, ich habe ja ein Video, haha, ja, ich vergaß, ich habe es ja mit einem Video gemacht. Ähm, und, ja, und, wenn ihr noch Ideen habt, was dann noch so an Retro-Spieler ich mir vornehmen soll, oder, ähm, ähm, Computer-Generation oder Konsolen-Variante, wie auch immer. Habt jetzt in den Kommentaren rein. Für euch kann man das ja umsetzen, das werden wir dann sehen. Alles klar, habt euch wohl und, äh, ja, bis zum nächsten, äh, bis zum nächsten. Es geht dann weiter mit der, den Atari 2600, äh, Serie, also mit den Konsolen-Spiel-Variante und dann mal gucken, was wir halt danach machen. Aber erstmal soll das hier reichen. Alles klar, ciao, bis zum nächsten, euer Jocke.